herzlich willkommen leute hier ist euer sebastian von den gamenevers heute gibt es ein weiteres unboxing nämlich zu den kartenspiel wo einmal 40k conquest es ist ein kartenspiel von der firma fantasy vielleicht wie ich gerade richtig sehe und vertreten in deutschland übersetzt wird das vom heidelberger spiele verlag und zwar ist das dieses schönes kartenspiel wozu ich ein unboxing jetzt gleich mache und ich habe mir auch direkt zu dem spiel drei battle packs geholt die es gibt dass man die jetzt immer so schön sehen kann zu denen mache ich kein unboxing die werde ich separat auspacken aber wenn euch natürlich interessiert was für battle packs ich mir geholt habe oder auf deutsch kriegs pack ich mir geholt habe oder auch um genauer darauf einzugehen was für karten hier in diesem pack drin sind werde ich einen link unten in die beschreibung packen wo ihr dann auch auf der seite sehen könnt welche kriegs packs ist alle zurzeit gibt was da drin für karten sind und gibt und welche auch hier in dieser grund box sind denn ich werde jetzt teils auspacken aber nicht natürlich jede einzelne karte jetzt erklären und sagen was sie kann sondern auspacken und uns mal reinschauen was gibt also sehen wir uns gleich auf dem tisch so dann sind wir auch hier jetzt schon an meiner tischseite und wir kommen dann auch erst mal direkt zur der verpackung an sich selbst die echt muss ich sagen richtig cool ausschaut und auch von hinten sieht man schon einiges einige der karten und token die es da drin gibt und es fühlt sich jetzt muss ich tatsächlich mal zum fühlen kommen auch wieder toll an es fühlt sich massiv an es fühlt sich gut an weil ich finde auch schon der karton von dem spiel sagt ja auch einiges aus wie wenn man sagt den ersten blick der man drauf wirften da ich sowieso ein großer warhammer universums fan bin alles was im warhammer universum stattfindet und sagt mir das sowieso zu gleichen sehr großer fan der space marines bin und es ist auch so leicht ein geriffelter karton also ich finde fühlt sich super an und macht deswegen meines achtes nach auch schon einiges her so ruckeln wir jetzt mal hier es auch alles raus so was haben wir denn hier wir haben hier einmal die spielregeln sind ist eigentlich sehr tatsächlich dünn gehalten also ich habe mir selbst von dem spiel her schon einiges 15 seiten haben wir hier insgesamt einiges über spiel schon im internet angeguckt daher ich schon die grundregeln weiß wenn ich mal wenn das interesse besteht das könnte ruhig in den kommentaren schreiben würde ich tatsächlich auch mal ein komplettes tutorial machen wo noch mal alle züge erklärt werden wie das spiel funktioniert ansonsten gibt es auf jeden fall auch ein let's play dazu wie ich das spiel mit fabio spiel wo es dann auch noch mal grob erklärt wird aber wenn er ein genaueres detaillierteres video dazu haben möchte sagt mir das auch gerne schreibt es auch runter in den kommentaren ein referenz handbuch haben wir hier noch wo noch mal alles genauer das ist ziemlich gut das ist auch schon das referenz handbuch ist auch schon etwas dicker geraten von den regeln her da drin denn hier wird noch mal genau erklärt welche fähigkeiten was bedeuten das ist natürlich auch sehr wichtig und hier haben wir sogar wie viele seiten schon drin 31 seiten also auf jeden fall auch sehr wichtig so hier kommen wir zu den tokens die es alle gibt die roten sind die schadens punkte die man verteilen kann die blau gelben hier oben sind die ressourcen punkte die in dem spiel auch vorkommen aus diesen zwei kleinen skelettköpfen plus die roten rädern die baut man sich später zusammen ähm ist dieses art commander rädchen was man in einem zug drehen muss und zwar verdeckt um seinen commander auf einem planeten zu bewegen das ist ähm das symbol für den der gerade die initiative hat und immer zuerst angreifen darf und ähm und das ist das symbol welcher der erste planet ist und so noch mal von hinten wie hier von vorne so hier haben wir auch schon mal das kleine tütchen wo dieses rädchen hier zusammengebaut wird aus den köpfen und den farbigen symbolen so hier in diesem kleinen niedlichen tütchen wenn man sie jetzt zwei dicke packen hat man hier sieht man auch dass dieses tütchen hier definitiv kleiner ist und auch um einiges weniger karten drin sind aus dem einfachen grund ich hol's mal eben draus sind hier nämlich token drin weil es gibt verschiedene commander oder auch verschiedene leute die fähigkeiten haben die natürlich auch um token Spawnen lassen können und das ist einer davon witzig nicht scharf stellen kamera Da Haben wir einmal den hier von den orks token Dann haben wir noch so ein infanterie soldaten von den menschen mir fällt gerade leider ihr name der rasse nicht ein ich kenne alle bis auf den namen von den soldaten die aber auch soweit ich weiß Fürs imperium kämpfen mal vielleicht noch näher ran Na doch da also wirkliche texte stehen da jetzt nicht dazu Natürlich so kleine aber jetzt die haben keine fähigkeiten das sind einfach nur kleine tokens die gespawnt werden können durch verschiedene Fähigkeiten die entweder alle 1 1 oder einfach 2 1 sind mehr ist das nicht dass es von den Chaos in keiner token Die kamera da wieder nicht Okay, ihr seht ja es ist 1 1 Kamera will nicht so schnell scharf stellen wie ich es gern hätte und dann hier noch mal von den dark eltern eine 2 1 biest kreatur So das ist hier und hier kommen wir dann zu den ganzen Grundkarten und paketen erst mal auch die box von drinnen Sieht hübsch aus alles hier kleine teile zum unterteilen wenn man es natürlich später da auch wieder einpacken will die karten an sich sind selbst Nur noch mal in so eine große tüte gepackt also keine Einzelnen auf reiß tüten und was auch noch mal zu erwähnen ist das ist ein living Bord card game also das bedeutet dass sie jetzt nicht einmal dieses grund paket hier holt und Mehr karten werden ich von kommen sondern wie ich euch schon gezeigt habe gibt es battle packs oder auch große Erweiterungen gibt es schon eins was draußen ist mit den tyranniden Wo noch mal auch neue komplett neue rasse In spiel gebracht wird so mal gucken Ist das denn hier alles so sortiert ja ich kann mal hier einmal Grob was rausnehmen und euch das zeigen denn es gibt ja auch hier Das werde ich gleich noch mal an dem symbol zeigen so auf jeden fall muss ich auch schon sagen dass das artwork Echt erste sahne ist muss ich muss ich ganz ehrlich zugeben was man hier an Karten und kreaturen hat Sieht das schon Ziemlich Fein aus also es ist echt ganz große klasse geworden Also da haben sie sich etwas überlegt was die vorne für einheiten für symbole drauf machen um was da alles so drauf ist also es gibt auf jeden fall ich weiß jetzt gerade gar nicht dafür müsste ich jetzt tatsächlich mal eben kurz umdrehen ob sie hinten genau wir haben wir insgesamt fast An die 400 karten nur in der grund box an die 400 karten ich gucke jetzt auch noch mal ob ich die commander finde also das waren jetzt die karten es ergibt wie soldaten Und zauberkarten kann man es ja nicht nennen aber ausrüstungskarten und hier Für. Alle die immer mal wieder eine erinnerung brauchen das finde ich auch sehr cool gemacht gibt es karten wo die einzelnen Phasen draufstehen ah ja das doch fast Da Ich zitter ein bisschen mit meiner hand Also hier stehen halt auf so zwei extra Die zwei extra kärtchen die ganzen phasen drauf und jetzt kommen wir hier Zu den Kommandanten Was mit das wichtigste im spiel ist also es sind mehrere drin Ich zeig es jetzt noch mal wie viele wir haben das heißt so viele decks Stecken auch schon nur hier drin was ich schon sehr cool finde natürlich standard deck sie könnt euch erweiterung kaufen Und in den erweiterung werdet ihr auch weitere Karten für einen commander finden oder wie gesagt für eine rasse für eine fraktion und Auch für zum beispiel das ist ja jetzt in space marine commander werdet die auch verschiedene space marines commander bekommen Das heißt ihr könnt auf space marine gegen space marine spielen Spielen ihr müsst halt nur den entsprechenden commander dafür haben aber wie gesagt ich werde auch noch mal unten in einem link Zu einer seite wo euch alle packs angucken könnt dass ihr auch wisst was ihr kauft und diese packs wie jetzt auch Die 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 wir erzählen dieser grund box wie auch in den anderen kriegspaketen die euch holen könnt sind immer Fest vorgegebene karten drin jedes pack oder kriegspaket hat seinen eigenen namen mit immer denselben karten drin das heißt ihr kauft nicht bei magic random karten Sondern ihr wisst was sie da drin bekommt die habt dann aber auch die möglichkeit wie in Magic euch ein eigenes deck zusammen zu bauen so hier sehen wir mal Ich fächer die mal hier so nett auf das sind Alle Er sieht man gerade schlecht alle Anführer Die es hier in dem deck gibt die haben wir die tau Dann die elder die dark elder die chaos die orcs Und dann ach ich komme einfach nicht auf ihren namen von den soldaten Und die space marines Das sind die die zurzeit in der grund box vertreten sind es gibt jetzt schon eine große erweiterung die so groß wie dieses Paket wo es nur karten Okay, es gibt auch glaube ich ein paar für für alle wieder dabei aber die größten teils in diesem box sind die tyranniden Und demnächst kommen noch Mir fallen gerade auch der name dieser Necromanten die necromanten kommen auch noch dazu und dann auch noch mal zum zeigen weil jeder kommandant hat eine lebenspunktzahl Man sieht gerade zwei angriff sechs abwehr und wenn er dann mal so komplett sechs lebenspunkte verloren hat Kommt er in den blutigen bereich dann hat er auch keine fähigkeit mehr ist 25 und wenn er dann noch mal besiegt wird ist das spiel auch gewonnen weil es geht auch Darum Planeten zu erobern und da haben wir hier von 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Planeten haben wir drin von hinten sind die karten übrigens so aus Upsa ich muss das ja zu euch rumdrehen sie ziemlich nice aus muss ich schon sagen gefällt mir sehr gut und hier hat die ganzen planeten die alle verschiedene Fähigkeiten auch haben also man gewinnt Indem man einen commander wie diesen hier jetzt zum beispiel von space marines erst so einmal besiegt hat und dann im blutigen zustand auch noch mal besiegt hat Dann ist der commander tot und das team hat verloren Oder man würde jetzt zum beispiel einen planeten erobern Upsa ich habe genau da mein finger drüber und man würde solche symbole sammeln jeder planet hat unterschiedliche symbole Der hat blau der hat das grüne der hat sogar rot und blau Da steht für Technologie das rote ist technologie das blaue ist stärke Und das grüne war noch mal irgendwie für abwehr und wenn wir sagen wir jetzt mal ich suche gerade hier man würde jetzt die drei planeten erobern Dann hätte man das spiel Upsa gewonnen wenn man 1 2 3 von den drei roten Symbol hat das heißt sie braucht entweder dreimal rot dreimal blau oder dreimal grün und hätte das dann durch die Eroberung der planeten das spiel gewonnen die möglichkeit besteht auch so auf der seite in diesem pack hatten wir alle Kommandanten was 1 2 3 4 5 6 7 kommandanten waren das heißt man hat schon in diesem paket schon sieben decks drin natürlich keine guten Wie soll man sagen wenn man jetzt sich später darauf spezialisiert noch bestimmte karten zu holen Aber man hat auf jeden fall schon einiges an grundstaat drin das heißt wenn man wirklich schon nur mit der grundbau Habt die sieben decks drin die man ganz normal casual mit freunden spielen kann das heißt einfach einsteigen das deck nehmen Und fertig wirklich viel zum variieren habt ihr dann ja jetzt auch noch drinnen dass sie ein bisschen rein und raus packen könnt mit den stapel Weil jetzt erkenne ich gerade hier der stapel ist dazu da um das deck noch mal zu variieren und karten rein zu bauen bei jeder commander wie unser lieber typ hier hat hier um eine kennzeichnung weil jeder von den Kommandant hat zum beispiel so nette space marines die er nehmen muss das heißt es gibt so ein gewisses grund trupp der immer rein muss und und dann kann man später noch mit ein paar anderen zusatz karten das dann alles noch mal variieren ich muss also hier schon der erste dicke stapel ist komplett space marines Also alles hier für die space marines dann kommen die soldaten wo ich leider es tut mir immer noch wirklich sehr leid Sonst für alle space marines fans sag ich schon falle war immer fans dass ich mich gerade hier so vertue mit den soldaten stapel Dann kommen hier die orks Ja wie gesagt hier der orks stapel Ups ach da kommen ja sogar noch mehr was mach ich denn da Ach warte mal ne orks stapel Dann kommen hier die chaos Ach und der chaos geht hier weiter Ne dann geht es tatsächlich sogar hier noch weiter Tatsächlich ne Meine schuld habe ich mich vertan dann geht es auf jeden fall nach der unten hin weiter mit den restlichen karten für den restlichen Decks und die auch noch mal zu erwähnen das artwork Sieht echt schnieke aus Wenn meine kamera mal scharf stellen würde wann ich es wollen würde wofür habe ich schon autofuchs drin ah da sieht man es Sieht auf jeden fall richtig schön aus Also mir gefällt es sehr und wenn ich jetzt überlege die grund box nur diese grund box hier Habe ich mal eben so drauf bekommt ihr schon auch bei amazon für An die 30 euro zum teil sogar unter 30 euro bekommt ihr schon nur diese grund box und jede erweiterung Kostet euch auch ich sag mal wirklich gerade mal 10 euro was ich vollkommen in ordnung für den preis das heißt wenn ihr ein kartenspiel sucht und ihr seid war immer fans so wie ich ich habe ja auch zeitweise Magic gespielt und ich merke wie magic tatsächlich ins geld gehen kann ich gebe habe 350 euro vielleicht 400 für mein zombie deck noch ausgegeben damit es halbwegs in ordnung ist und hier könnt ihr für Wenn ich überlege für 400 euro könntet ihr schon jede erweiterung euch holen die draußen ist jedes kriegspack und das hauptspiel und könnt ihr dann immer noch euch weitere packs dazu kaufen weil ihr manchmal karten mehr als einmal oder zweimal haben wollen würde den deck So jetzt gucke ich mal eben nach die astra militarium das sind die die astra Von denen ich gerade den namen nicht wusste hier ist nämlich so ein netter baum Der ist nämlich dazu daumen zu zeigen denn ihr könnt wenn ihr euer deck erstellt Aus verschiedenen fraktionen auch euer deck bauen da geht mir gerade da seht ihr glaube ich mein arm Da ist man gerade mein bildschirm in schlafmodus gegangen So ihr habt jetzt sagen wir mal eine fraktion ach hier stehen sie auch noch mal die zusätzlich dazugekommen sind die nekros die kommen jetzt erst noch dazu Die sind die jetzt momentan noch nicht draußen und hier die tyraniden Die sind draußen die haben noch leider finde ich bis jetzt ich weiß nicht ob es noch ungeändert wird noch keinen Baum verknüpfung wie man es jetzt hier sehen kann oder ob die von allen nehmen dürfen das weiß ich nicht aber ich weiß nicht Dann nehmen wir jetzt mal die space marines ihr nehmt hat euren space marine commander der seine garde so gesehen wenn wir es mal gerade nehmen muss und dann noch mal aus Verstärkung und anderen einheiten sich auch noch mal space marines aus den space marines pool den kompletten space marine pool den es gibt sich was ausnehmen aussuchen darf und dann darf er sich zum schluss an den anliegenden fraktionen wie die tau Und jetzt hier auch noch mal die astra marines nennen wir sie einfach mal astra marines Astra marines sich auch noch mal karten aussuchen darf aber so wie ich das bis jetzt verstanden habe nur aus einer fraktion das heißt entweder so ich mir nachdem ich mir das deck für die marines aufgebaut habe für die ultra für die space marines Jetzt war es von den astra marines raus oder von den tau also eins von beiden sieht man orks von denen von denen und die Dark elder von denen von denen hier werden sie aber auch eine kuschelung das war chaos chaos von dem von denen hier haben wir die dark elder von chaos und von elder und elder von tau und Dark elder wie gesagt nur bei nekros und meinen tyraniden weiß ich noch nicht ob die sich von irgendjemanden anderen noch was nehmen können oder ob die nur wirklich ihr eigenes Deck haben dürfen so das ist jetzt halt das unboxing gewesen zur starter box von more more conquest habt noch ein bisschen dabei natürlich erklärt wie das spiel so aufgebaut ist das war jetzt nur eine grobe erklärung wie gesagt wenn ihr noch mal ein genaueres tutorial haben wollt schreibt es mir in den kommentaren weil das kostet mich ja auch ziemlich an arbeit habe jetzt sogar ein bisschen viel geredet das video war jetzt nicht kurz ich wollte aber auch ein bisschen drüber quatschen das noch mal auch so halbwegs genauer euch zeigen und erklären worum es geht und ob es euch gefällt wie gesagt ich habe noch mal einen link rein von welcher also von der seite selbst von den entwicklern des spiels und auch noch mal was in diesen packs genau drin ist damit jede karte wirklich auch auf deutsch nachgucken und nachlesen könnt was sie können und wie oft sie in so einem pack vorhanden sind das war jetzt tatsächlich mein erstes unboxing zu einem kartenspiel allgemeinem brettspiel ich hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht und falls ich mich mal irgendwie versprochen habe oder falsch gesagt habe bitte ich das zu entschuldigen ich hoffe dass es euch gefallen hat und wenn es das hat wie gesagt wer bei fragen oder wenn ihr mir auch tatsächlich props geben wollt schreibt auch gerne runter in die kommentare da würde ich mich sehr drüber freuen und wenn ihr aber auch fragen habt stellt sie rein wenn ihr verbesserungsvorschläge noch habt auch einstellen und ich würde mich auch selber einen daumen nach oben freuen und auch über ein abo wenn ihr mehr von mir sehen wollt und schaltet dann auch nächstes mal einen bei mir den sebastian von den gamber neighbors zu einem weiteren unboxing oder let's play auf meinem kanal haut rein leute